Jena und Sport passen einfach super zusammen. Wenn ich Jena höre, denke ich an chillen im Parag, gutes Essen in der Wagnergasse, oder joggen in den Kernbergen. Mit dem Sportstudium in Jena ist für mich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Friedrich-Schiller-Universität ist eine Traditionsuniversität. Seit über 450 Jahren studieren hier Menschen aus ganz Deutschland, sogar aus ganz Europa. Knapp 20.000 Menschen studieren hier und davon immerhin knapp 1.000 am Institut für Sportwissenschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An unserem Institut für Sportwissenschaften hier an der Universität Jena kann man verschiedene sportwissenschaftliche Studiengänge belegen. Prinzipiell haben wir Bachelorstudiengänge, wir haben Lehramtsstudiengänge und wir haben einen Masterstudiengang. Das Institut ist nicht nur ein Ort des Wissens und der Lehre, es ist auch ein Treffpunkt, um gemeinsam Sport zu treiben und sich abzulenken. Man kann immer zusammen abhängen und auch mal eine Pause machen vorm Lernen, wenn es da doch ein bisschen viel ist gerade. Man ist hier zu Hause, es ist halt wirklich auch schön. Viele wichtige Räumlichkeiten sind zentral gelegen und somit schnell erreichbar. Die drei Felder und die Spielhalle bieten ausreichend Platz für diverse Praxiskurse, sowohl im Winter als auch im Sommersemester. Neben der praktischen Ausbildung spielt auch die Vermittlung theoretischer Aspekte des Sports eine entscheidende Rolle. Dafür stehen drei Seminarräume und ein multimedialer Hörsaal im Haus zur Verfügung. Die Thai-Bibliothek stellt wissenschaftliche Fachliteratur aus den einzelnen Lehrstühlen bereit. Wir als Fascha veranstalten auch viele Veranstaltungen, wo wir versuchen, alle Studenten, alle Kommilitonen zusammenzubringen. Zuletzt haben wir eine Beachvolleyballturnier veranstaltet mit anschließender Beachparty. Das war wirklich super. Wir hatten über den Tag fast tausend Leute dort und es hat einfach ein Heim Spaß gemacht. Das Institut für Sportwissenschaft ist ja hervorgegangen aus der Landesturnanstalt. Und einer der ersten und wichtigsten Bereiche von Beginn an war die Theorie und Praxis der Sportarten. Heute ist das der Bereich spezielle Didaktik der Sportarten. Dort lernt jeder, der Sportlehrer oder Sportlehrerin werden will, wie denn Sportunterricht ordentlich funktioniert in den Sportarten. Die Whitel- und Praxis der Sportarten. Das ist ein Ding, der Sie in den Sportarten zuある. Seitdem in der Latein ist das Tier sauber, der Sie in den Sportarten macht, und zum Beispiel in den Sportarten zu sehen, in der nächsten Woche ist das Tier-Frauch der Luftverlager. Die sind sch Flightträten bis in den Sportarten. Die haben die in den Sportarten zu haben, die sind ein Bild- und der Sportarten zu eingehen. Das ist ein Bild- und der Sportarten zu steigern. Die sind eine gute Filmmende zu, Auch die Forschungsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der einzelnen Lehrstühle. So werden beispielsweise in der Sportmedizin zahlreiche Erkenntnisse über körperliche Gesundheit und Leistung gewonnen. Ob Adrenalinkicks oder neue Herausforderungen, die Stadt Jena lässt Sportlerherzen höher schlagen. Die Stadt Jena lässt sich in der Sportmedizin zahlreiche Erkenntnisse über körperliche Erkenntnisse über körperliche Erkenntnisse über körperliche Erkenntnisse. Jena, Jena ist für mich das Paradies der Freundschaften.